macht den zeit keck an der zeit keck in letzter zeit gespielt natürlich bin ich so wir machen mal so was geld ja ne viel spaß jackal ja hallo steffi das stand ja julie das ist kein bait die war in atmen nur weil ihr mich nicht sehen könnt heißt das nichts aber ich muss sagen das klingt für mich auch sehr unwahrscheinlich weil wir waren nämlich in atmen und ich bin gerade reingegangen habe da aber niemanden gesehen außer die leiche und auf einmal kommt der report von julie und dann war ich sehr verwirrt aber dann hast du dich erinnert dass es auch leute gibt die unsichtbar werden chameleon ich würde auch chameleon gegessen doch wieder klar wie eine man hier nicht frech doch konnte ich deine rolle die halbe rolle von julie kann kann auch noch mal halb sterben dass wir haben ja nur den modi feiern ich meine die trinkt meine schulgröße aus wenn du meine identität klauen willst du könntest anfangen ich müsste mit dir sagen 43 43 hat niemanden gesehen der sind umgebracht hat aber ich möchte mich dafür bitte nicht ich töte dich dafür nicht stark 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 man so wollte je nach modell zwischen 50 und 52 ihr habt euch einen lassen also du bist der mörder welcher mörder der mörder ist nicht da ja 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 hat keiner keiner gesehen hat keiner gesehen zum glück ja hat keiner gesehen das war einfach ein starker kill das war einfach ein starker kill leute ja das habe ich mir nämlich schon gedacht der zweite mord aus versehen von julia warte nein ich bin unschuldig weil es war die ninja kill das ist inhaltlich korrekt ist von matt bade ausgesprungen da war genau da war alles voll mit blättern und wieso habe ich das gefühl wir haben hier einen love-up-team oh man alter ich bin mir niemand verliebt wenn ich ihn liebe mit julia würde ich wieder tinsel installieren gar keine frage also das kann ich mir blöken was ja das funktioniert nicht du kannst mich nicht von meiner idee abbringen ja aber du bist auf dem holzwickler ich bin auf dem stabilen super stabilen tornado sicheren weg durch nestes wackeliges holz das ist super frisches rostfreies edelstahl tornado sicher erdbebensicher das ist ein stäbchen aus dem wald erkennst nicht das rostfreie holz also ich habe jemanden gesehen es ist jemand in wend gerannt habe ich auch noch gesehen von der leiche weg ja julie du siehst aber sehr viel also wir lassen julie jetzt noch ein bisschen weiter morden oder wie sieht das aus ich kann euch noch mal sagen es ist wirklich ein jahr von matt bade losgesprungen es passt auch von der zeit her trotzdem für den bait wahrscheinlich weil die blätter sind noch da also kann julie der ninja sein nein julie kann nicht der ninja sein ok wenn ihr wisst ok wenn ihr wissen wollt wer gewendet hat lasst mich eine rolle tritt aber warum denn nicht katze weil ich julies rolle kenne warum konnte sie denn ach du kennst du spezifisch ihre rolle ich kenne auch die rolle von mehr leuten ich kenne auch die rolle von mehr Leuten mhm welche rolle habe ich ja zum beispiel auch dass der medic guesser ist welche rolle will ich du weißt wer der evil guesser ist nee der medic guesser ist stimmt ich kann guessen wo weißt du das jetzt können wir auch drauf gegessen dann wisst ihr was meine rolle ist medic guesser dann seht ihr dass ich nicht mal aber pärchen war so wir können nicht wir lassen sie jetzt die mehrheit weiß dass ich inner bin die mehrheit die mehrheit den allianz arena clip verstehe nicht ach so den der ist einfach bei clips drin ne der schweden dank für den follow so wir müssen ja warte noch mal mit zeit geht immer mit der ruhe das war jetzt vielleicht nicht so schlau auch nie da geben darf ich raten von julie von mal die erzählen uns mal wie katze gestorben ist erzählen uns mal wie katze gestorben ist ja was soll ich das wissen dieses dreckige lachen da war ja erwischt 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 wo denn überhaupt das weißt du gar nicht ich muss das nicht mal aussprechen ich wollte hier direkt gut dann wot mich halt ich weiß wirklich nicht wo ich nämlich auch ich nämlich auch ich nämlich auch nee nee mach mal nicht auf linia viel spaß ich bin's nicht lass uns einfach voten wollte ja ja noch nicht vergessen das war weil das war kein linia kill ja aber moment ja moment das war offensichtlich ein lover kill oder das könnte also feine katze und julie war ein lover ich hatte recht das wir sollten jetzt hier mal ein bisschen mehr auf mich hören das wäre echt cool wenn ihr mir zumindest sagt wo der kill ist ist du bist du hast was machst du klär stehen kommst gerade starkes play du tust du stehst du kommst dann liegt die leiche auch in kommst wenn du doch gekillt hast ne sie ist nicht in kommst sie ist nicht in communications die liegt da nicht in communications liegt keine leichten nein vielleicht nicht aber gut es gibt zwei leichen vergess also ich es gibt katze und julie war sagen ich habe aber direkt ich war da nicht natürlich doch 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 du warst da wir haben uns getroffen nein haben wir nicht doch nein jetzt weiß ich dass du nix danke können wir den ultra safe rausnehmen mich ich sage es ist schoschi ich nehme dich auch ultra safe raus ich habe doch schon was hast du nicht gemacht gehen ja ja ich wurde ich wurde der also schoschi war böse mörderin ok perfekt dann haben wir alles so es gibt jetzt noch eine böse rolle eine einzige böse rolle ja aber wer ist das scheiße ich muss ja jetzt muss ich halt sidekick machen aber wir haben keinen der irgendwie sehr geproved ist oder so mhm wahrscheinlich knechti oder weil knechti halt ähm weil knechti gerade ähm weil knechti gerade quasi schai entlarvt hat ne hm hm zweit boot wie das denn ah wir haben side kann der sidekick töten warte mal war das warte mal war das gerade äh haben wir noch ein guess und können das schon mal auf bounty hunter gästen mhm weil ich vermute der hat sehr schnell grad zwei kills gemacht und dann den bait erwischt mhm also ich habe zumindest einen kill gesehen wie er noch umgefallen ist ach ok was hast du gesehen das war nicht der flash die person die report hatte ja ok also du hast ihn killed sehen ja aber er könnte halt ninja sein er könnte bounty hunter sein er kann alles sein ja dann dann auf jeden fall nicht gessen deswegen aber das ist der bait oder was ich könnte aber auch sheriff sein und den imposter getötet haben hast du getötet das schon ich bin nämlich ich bin nämlich ich bin nämlich sheriff ich wollte hab dich nämlich gesucht ich wollte dich eigentlich töten hast du hast du getötet das schon ja ja aber nicht als sheriff ist ja klar ne ne das könnte nicht sein ja ja das war ich bin mehr und ich werde dich wieder voten toxisch deswegen hatte ich nur ein vot ne zwei hast du kann man einstellen terte 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 weil ich gesehen habe wir haben sieben votes er lügt nicht ich konnte nicht gestern das kann man auch ausstellen tun ich konnte nicht gestern wir waren sechs leute bei sieben votes scheiße man kann ja noch voten ne man kann ja noch was an man kann ja noch was an so dreh noch eine runde ja ja da sind wir korrekt das einzige problem wenn wir jetzt hier schauen ich war nicht lover alle calls von mir waren richtig und du die war auch lieb knechte ich war lieb und wir waren nicht lover das ist äh wild ja ja ich war einfach der trapper und hatte alle drei oben getrappt sowohl den medic guesser als auch den sheriff als auch den seher deswegen konnte ich die leute rausnehmen wenn es darum ging ja ich wusste ja dass du trapper bist als du das sagtest ja aber das ist däscher war ninja ja ich hab der schon nur wenden sehen hast du nicht im bade gekillt ja achso das war einfach geraten von mir ähm Katze ich meinte den den kill in admin ach so dann hat sie dich einfach wirklich geschützt oder sie war lost also was ich hab ja nicht da gekillt der erste hat da gekillt oder nicht ich hab ihn ich hab der erste gar nicht gesehen ich weiß nicht immer mehr ich glaub ich hab sie ja oder so am ende gegessen also ich hatte keine ahnung das war halt unlucky weil also so von der anderen seite kam da noch jemand ich nur so oh aber ich bin da wollte in die in die trap reingelatscht ich so ja gut dann äh stark 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 freunde an der stelle hallo youtube ich hoffe euch hat die runde gefallen wenn dem so ist bitte gerne mal kostenlos hier abonnieren auf dem youtube channel und gerne beim anderen vorbeischauen nochmal viele von euch haben den channel drüben noch nicht abonniert und schauen auch nicht die videos das ist sehr schade es macht mich ein wenig traurig bitte gerne mal drüben vorbeischauen ok macht es gut frohe weihnachten